Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StandoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 24. Und ich würde sagen, wir legen hier auch direkt los, wir spielen gegen Silver Kai, Halbfinale, nächsten Dienstag ist schon das Finale. Und ja, ich habe tatsächlich schon ein Video vorher aufgenommen, da gibt es aber ein paar Dinge, die ich jetzt nicht so gut bahnen wollte, beziehungsweise das Spiel war irgendwie nicht so ganz geil, deswegen jetzt nochmal und jetzt habe ich ihn gefoult. Und es geht heute um das Halbfinale hier in diesem Wettbewerb. Genau, das Halbfinale. Ich habe den Schwierigkeitsgrad auch, glaube ich, ein bisschen erhöht, weswegen die hier jetzt hier so nach vorne kommt, wie man sieht. Ähm, ja. Wie gesagt, wenn ich ausscheiden sollte, werde ich das Spiel trotzdem weiterspielen, also trotzdem das Finale spielen. Sie setzen sich früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Ähm, ja, also wenn die jetzt gewinnen, ähm, werde ich trotzdem weiterspielen. Das heißt, trotzdem das Finale. Ecke kommt in die Mitte. Naja, das ist doch zum Heulen. Gehalten, aber wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, man muss eigentlich fast mehr rumkommen, ne? Er sehe ich auch so, das ist keine gute Aktion, eine verschenkte Chance, gerade gegen diesen Torhüter. Mhm. Das ist erneut, Havertz. Den Ball kann er abwangen. Okay, jetzt. Was davon heute von Kai Havertz war? Klasse Tor aus Beutau, der letzte 3. Na, Moment, jetzt klar ist es gleich. Mist. Junge, wohin? Ups. Ja, Junge, und dann läuft, dann pault der, ne? Dann. In dem Moment, wenn ich den Ball habe. Äh? Junge, sonst habe ich die ganze Zeit den Ball nicht gekriegt. Hey, Junge, diese Bottspiele sind aber auch richtig, äh, so wie New Relife, Alter. Ja, Junge, du bist natürlich schneller als ich, Junge. Ich bin Nuss, Nussiala, Alter. Nussiala ist schneller als du Spieler. Ja, ich würde noch länger mit dem Ball alleine laufen. Die Balle oben. Robert Andrich. Dass er es aber auch jedes Mal im Spiel sagt. Andrich. Robert Andrich. Mit dem Steffen. Havertz. Ja, und... Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Ah, endlich mal einen Freistoß für mich. Ich mach den doch nicht direkt, Junge. Flanke bleibt hängen. Ja, Junge, und dann kriegt der Torwart das, ne? Mhm. Oh, dann. Ich könnte schon wieder aushasten. Ja, komm. Ja, ich kann ja auch stehen. Also, 0-0 ist, äh... Ballverlust. Toni Kroos. Kai Havertz. Jetzt die Möglichkeit. Das ist aber auch keiner mitläuft, Junge. Lauf doch mit in den... Junge, Junge. Ja, Junge. Ja, das war gut verteidigt. Da war kaum mehr rauszuholen. Da wäre wohl was rauszuholen, wenn da ein Spieler mitlaufen würde. Was diese Deutschen ja nie können. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Platz auf außen. Null. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Das macht er sicher. Ja, da wolltest du retten, ne? Blöder 13-Spieler da. Yes. Warum habe ich eigentlich schon wieder eine gelbe Karte? Das ergibt schon wieder gar keinen Sinn. Müller. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Ja, gut gemacht. Ball kommt rein. Ja, mhm. So schießt man auf jeden Fall auf. Ja. So wie dieses Handspiel bei Spanien. Nee, das sehe ich gar nicht ein. Warum kriegen die schon wieder ein Scheißdreckstor, Junge? Und ich versuche es 500 Mal. Nee, ich kriege es jetzt hier jeden weg, Alter. Komm her. Ja, hier. Zack. Oh, habe ich da eine Beine getroffen? Oh. Junge, dieses Spiel macht mich gerade schon wieder sehr aggressiv. Warum spiele ich das Spiel überhaupt noch? Selbst an diesem Drecksball kommt er nicht dran. Junge, jetzt mal ehrlich. Das ist doch mit Absicht so in diesem Schwierigkeitsgrad. Auf außen ist jetzt Platz. Weck nicht, ich komme jetzt hier nicht nach vorne. Ja, das meine ich. Man kommt gar nicht an den Scheißdreckstball. Wenn der jetzt pfeift. Ich finde es. Schön durchgesetzt. Ist es das jetzt? Bamm, Alter. Jetzt, die deutsche Mannschaft gleicht aus. Meine Fressen. Sorry, sorry, sorry. Junge. Gut, weiter geht's. Ja, jetzt pfeift der, weil es Halbzeit. Also eigentlich habe ich praktisch schon ein Video fertig, aber ich lade das nicht hoch. So, gehen wir rein. Zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgelegt. Ich glaube, ich muss die Taktik ein bisschen umändern. Vielleicht mache ich das gleich mal. Ja, mhm. Das ist eine rote. Ball ist unterwegs. Kein Tor. Neuer hat ihn. Nein. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Warte, ich stelle jetzt mal kurz dir die Taktik um, Alter. Sonst, Junge. Ständiger Druck. Boah. Warum geht der nicht auf den Ball? Guter Schuss jetzt. Torwart, bitte. Neuer, neuer. Halt ihn. Danke. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Ja, Junge. Lass dich doch gleich direkt fallen, Junge. Du klaust den Ball, Junge. Er fällt hin. Die Ecke kommt. Hä? Die Situation wird. Macht ja sehr viel Sinn. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Boah. Kann man nur so unfähig sein. Jetzt schießt den Ball weg. Wird's. Junge, er kommt aber auch an jedem Drecksball. Wie kann man nur so... Also, nee. Das verstehe ich nicht. Warum kriegen wir nicht schon wieder ein Tor? Ja, gar nichts ist hier drin, Alter. Ich gebe dir gleich, was drin ist. Ja, ein Eigentor würde ich damals wagen. Eigentor, das ist immer bitte auch mal eine neue Erfahrung für ihn. Das wird er abhaken und raus lernen. Eine Güte, Alter. Ich krieg gleich noch einen Kollaps. Zum 2 zu 2. So, und jetzt sind hier noch ganz alleine. What's, Alter? Direkt der nächste Treffer. Zwei Tore in halb weniger Minuten. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. 3 zu 2 also. Da ist alles drin. Nein, diesmal rennen wir nicht nach vorne, Alter. Ja, Junge, er kriegt doch den Ball wieder. So wie bei jedem Scheißzug, den man hier macht, kriegst du immer diesen Drecksball. Und wenn man dich angreift, kriegt man gar nichts. Meine Fresse. Ja, Junge, wie kann man nur so lost sein? Oh, Bruder. Das sollte mich weniger aufregen. Bitte, Torwart. Oh. Nein. Komm. Kann man nur so unfähig sein, Junge. Man sieht doch, was der Ball unten kommt. Und sie kommen hier zurück. Das war der Ausgleich zum 3 zu 3. Zum 3 zu 3. Muss das jetzt auch noch betonen, oder was? Am Ball groß. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten mit dem Schiff. Immer diese schnellen Pässe. Aber das war am Ende doch nicht gut gemacht. Ball ist weg. War am Ende doch nicht gut gemacht. Es ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Das sind Mitspieler frei. Ist das die Führung? Riesenchance. Alle neue ist da. Kriegen eh gleich wieder ein Tor. Weil das Spiel denkt, ja, die müssen gewinnen. Und Deutschland darf nicht gewinnen. Super. Er ist frei. Da kann was daraus werden. Ganz spannende Szene. Ja, guckt euch das an. Junge, der würde rangehen. Das ist überragend. Das ist einfach nur ein scheiß Bottspiel. Jetzt mal aufhören, die ganze Zeit Robert Andrich zu sagen. Boah, ich raste hier gleich aus. Der scheiß Direktspieler. Ich wechsle den nicht aus, dann kannst du es nicht mehr sagen. Verpisst euch von meinem scheiß Spiel. Ja, nee. Wenn die jetzt ein scheiß Tor machen, ich raste komplett aus. Junge, wieso kriegen die immer Tore und ich nicht? Nee, ich wechsle diesen Schwierigkeitsgrad bald wieder um. Das ist ja zum Kotzen. Oder ich bin einfach nur zu schlecht. Das kann auch unmöglich sein, aber Junge. Ja, es wird aber eh nichts, weil dieser scheiß Bottspieler wieder denkt. Ja, okay. Jetzt, jetzt meine ich, ne? Weil ich die ganze Zeit rummeckere. Ja, trotzdem machen die gleich ein Tor. Nur in vier Minuten. Das ist die Entscheidung, Buschi. Möglich ist es, es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Ja, aber für die schon. Viel Zeit haben sie nicht mehr und sie versuchen es nochmal. Sie kommen nochmal. Wer kann jetzt doch noch den Ausgleich machen? Da ist die Flanke. Boah. Neuja, nimm bitte den Ball und schieß ihn jetzt nach Amerika. Das ist nicht Amerika, aber ist auch gut. Ja, danke. Danke, dass ich mal ein Gewinn. Klar wäre, ist das knapp, Junge. Es ist auch ein 4-3. Hä? Äh? Nun, aber es sollte dann nicht knapp sein. Egal, Leute. Boah, ich reg mich nicht mehr auf. Das hat mich jetzt, das hat mich jetzt ein bisschen sauer gemacht, das Spiel. Aber ist ja nochmal gut gegangen, ne? Mit einem knappen Sieg. Sonst hätte ich Verlängerungen machen müssen und die Verlängerung wäre tatsächlich, gegen wen spielen wir? Gegen Ukraine? Ne, gegen Kroatien. Geil. Okay, Leute. Das nächste Spiel ist dann am Dienstag. Also, da kommt das Video raus und da seht ihr dann, wie ich gegen Kroatien gewonnen habe und wie ich EM-Meister bin. Leute, nein, also mal sehen. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen besser spielen kann als in diesem Spiel, aber sonst hat mir das Spiel eigentlich relativ gut gefallen. ein bisschen ausgerastet, aber das sind die Emotionen, ne? Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut also neben auch meinen Discord-Dorfer vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein und euer Samu. Ciao, ciao.